so hallo da sind wir zu let's play custom stories in cryo 4 um man so eine so eine fucking weile her dass ich das let's play tanze deshalb weckt einfach nur erinnerungen fack freue ich mich so drauf das war wirklich ein hammer geiles let's play gewesen da muss das muss ich schon zugeben wenn ihr das letzte gerne sehen wollt und links in diesen videos findet ihr jetzt einen link zu cryo 4 let's let's play cryo 4 von mir und was sollt nach kassen kann ich wollte schon das spiel noch ein neues länder was haben wir hier memories hatte ich auch jetzt blenden mal so kann man sich custom stories runterladen das wäre so fucking episch ich muss bei unbedingt nachgucken nach google so da würde ich mal sagen ich fange ich gehe von oben nach unten und ich fange dann mit halloween kollaboration scheiße hatte ich das nicht bei halloween gemacht das ist so ein fucking geiles spiel man muss mich wieder und wir werden alte bekannte wieder kennen wenn ihr wenn ihr meinen let's play kaffee geguckt haben alte bekannte wenn wir wieder sehen wie zum beispiel jason freddy dann gibt es ja noch oma alien fisch die grudge girl und was weiß ich war dann noch weil das war halloween kollaboration medium das ist fucking hell das ist fucking hell oh okay ziehen wir es durch ich bin bullet prof ich bin kugelsicher bütsche ist okay mit tappen ah ok aha ok notes wann gibt es das denn das ist so hammer geil dass ich das wieder spielen da kann und darf und das ist so fucking geil oh yeah wie zum teufel bist du denn was zum teufel ist das ohne kürbis okay let's go ich vertraue diesen gang nicht what the fuck wo habe ich das denn her bekommen standard battery powered flashlight cast medium sized beam so wie kann ich die jetzt dual wild hinzuhelfen oh ja ok das wird geil Villa i need a fuse to open the shutter ok oh ja Jumpscare a plenty i play directly to the forehead nein es b es Hallo? Eh, 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 okay. Eh, eh, die Tür ist blockiert. Ich muss einen anderen Weg raus finden. Okay. Lalalalalalalalalala Oh. Die Tür ist lockt. Es heißt Warnung. Okay. Ah, Simon! Ich spiele Simon! Oh, Simon, Simon, wie geil ist das? Das ist ein schreckliches Schild. Oh, ja. Okay, das müssen wir wahrscheinlich kaputt schlagen. BAM! BAM! Oh, yeah. Du, Alwild. Yes! Let's go! Schlüssel! Ja! What the? Wer war da? Oh, Mama, was bist du denn? What the? Boah! Kenne ich dich? Freddy, bist du das? Oh, meine Taste ist rausgesprungen. Kann ich... was... Beste ist das diese... Bitte ist das diese... Oh, yeah. Okay. Der Computer ist busted. Ja! Der Computer ist busted. Ja! Speichern! Ja! Speichern! Ich tanze mit dir mit, wenn du mir nichts weh... Wenn du mir nicht weh tust. Stirb! Ja! Stirb! 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 Oh, Mamma Mia! Senorita! Oh, mein Gott! Ha! Ja! Ich kann cheaten, Bitch! Fuck! Ich weiß, man muss immer wieder nachladen und so... Ja, das kann einen ganz schön nerven eigentlich. Weiter geht's! Oh, Mamma Mia! Oh, dort, dort, dort! Die Scheiß-Piecher sind schlauer geworden! Oh, Mamma Mia! Oh, dort, dort! Hinter mir! Wo kommst du auf einmal her? Mein Gott! Was passiert, wenn ich das aufmache? Okay. Jetzt kommen Monster! Okay. Raus! Raus hier! Sofort! Chapter 2 Na... Nalopex? Was? Es war alles nur ein Traum. Ich könnte dieses Wind... Ich glaube nicht, dass es ein Traum war! Was ist denn da passiert? Oh, nein! Ich könnte... Okay. Wer wohnt hier? Hallo, wenn mich jemand hören kann, bitte rettet mich! Ich stecke hier fest! Ey, was, der Teufel, muss man machen? Was hat das jetzt gebracht, in diesen Raum reinzugehen? Doris, lock! Doris, lock! Toll! Das hat nichts gebracht! Oh! Okay! Oh! Okay! Das geht! Ah, der Wind ist stuck! Doris, lock! Doris, lock! Liegt hier irgendwas aufm Boden? Man kann nur diesen Schranktür aufmachen? Oh, 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 okay! Okay, was liegt da aufm Boden? Eine Schaufel? Seit wann zum Teufel kann man mit ner Schaufel kämpfen? Das seh ich zum ersten Mal! Jetzt müssen wir wieder zurück! Ach, das war so klar, dass das passieren wird! Das war so klar gewesen! Auf! Mhm! Gott dammit! Das dahinspringen ist nicht schwer, aber das zurückkommen... Okay. So ein Mistkerl, ey. So ein verdammter Mistkerl. Ich hab vergessen zu speichern. Bist du crazy oder so? Oh. Instant kill. Wieso sollte er... Wieso sollte er... Wo ist er gekommen? Okay. Deswegen muss ich bestimmt nach dort gehen. Komm schon. Geh auf. So. 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 Wegen. Der? Er. 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 Ich hasse es, irgendwo runter zu gehen, vor allem in Cry of 4. You're trapped here forever. Komm, spiel mit mir. Let's play the nice game. The nice game. Was ist das für ein pedophiler Sack? What the... Okay. Müll ist nichts. Ich glaub, dass irgendwie nicht, wenn ich das nehme, passiert was. Okay. Kombinieren. Take this! What the fuck? Oh nein, nicht du Edelfricks! What? Ich hab die Munition gar nicht bemerkt. Ah, du fucking Bitch, ey. Her mit der Glock. Nein, ich will nicht in den Keller gehen. Headshot. What the fuck? Oh, god damn it! Oh, 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 oh. Stirb. Oh, fuck, mein Bein. Hm. Oh, god damn it. Oh, god damn it! Mein Ball! Fuck! What?! Wieso ich keine Waffen mehr haben? Nein! Okay, es wird alles gut. Hallo? So hallo, da sind wir wieder zurück zu Let's Play Craft. Ja, das ist jetzt mein dritter verdammter Versuch. Ich habe gerade bemerkt, dass, ähm, Dings, dass wenn mich diese weiße Schlampe tötet, dann, äh, kackt mein Cryo4 irgendwie komischerweise ab. Deswegen müssen wir vorsichtig sein und überleben, obwohl ich nicht weiß, wieso ich so wenig Leben habe. Kommt da... What the fuck?! So, sie sterben nach vier Schlägen. Einmal getroffen. Zweimal getroffen. Dreimal getroffen. Viermal getroffen. Oh, yeah. Jetzt seid ihr fertig. Wir da hin, kann man nicht. Da ist eine Flair. Ansonsten lass durch die Tür Fuck So, wir müssen überleben Ich brauche eine neue Flair So, da kommt jetzt eine rausgeschissen Ah ne, das war die gewesen Da kommt eine rausgeschissen Wusste ich's doch Nein, wieso stecke ich fest? Geht doch Oh nein, bitte nicht sterben Oh, meine Taste klemmt Eins Fuck Zwei Drei Vier Oh yeah Es läuft Gott sei Dank Speicherpunkt Laterface, fuck, den hab ich vergessen Den hab ich vergessen Fuck Previously on Memories Das hatte ich gespielt Previously on Memories Fuck Chapter 5 Oh, what the damn That fuck must blind it me Damn it Wieso wechsle ich immer I should grab that lid Wieso ist das schwarz-weiß Okay, ich erinnere mich Wieso wieder Ah, das ist die Fortsetzung von Memories Wie geil ist das denn? Du, ist eh so geil Muss ich da rein Wieso bin ich fast tot? What the fuck? Fuck Oh, den hab ich gar nicht bemerkt What? Na, nicht, weil ich es verhindern kann Muss ich zurückgehen? Es ist fucking dunkel Wofür brauche ich den Hammer? Oh, okay The wall seems breakable Ist das kaputt? Nope Nochmal Nochmal Oh Oh Fucking jump and run Oder was? Oh Yeah God damn it Huh? Kommt raus, kommt raus Wer immer da auch ist Wie soll ich jetzt diese Bitch fertig machen? Fuck 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 Oh Yeah So T-Bag and T-Fitting in your ass, bitch Ich habe kein Leben mehr fast Ich habe kein Leben mehr fast mal gucken, ich habe kein Leben mehr fast Mal gucken, ob das funktioniert blonde Saved 1 Five Detva Mal gucken, ob das klappt Jammed, jammed, jammed. Alles jammed. I did what the note says. How come it doesn't open? There you are. You're dead. You're so fucking dead. John Splits. John Splits. John Splits. What? What the fuck? John Splites? What a dream? Schon wieder ein Traum? Ich verstehe die Story nicht. Wieso habe ich immer noch so wenig Leben? Oh. Half-Life 2. Geil. What the fuck? Okay. Well, it's reluctant. Yeah. Yeah. Ich hab gar nichts. Das ist irgendwie so ein Trollroom oder was? Das ist irgendwie so ein Trollroom. Das ist irgendwie so ein Trollroom, das ist irgendwie so ein Trollroom. Das ist irgendwie so ein Trollroom, das ist irgendwie so ein Trollroom, das ist irgendwie so ein Trollroom. Das ist ein bisschen Afraid of Monsters hier. Das ist Afraid of Monsters. Was soll der Bullshit? Oh, das kenne ich doch von Afraid of Monsters. Was soll der Bullshit? Wieso Afraid of Monsters? What the fuck? Es kommt von da, definitiv. Her damit. Was soll der Bullshit? Mama! Ihr seid so fucking scheiße! Wusstet ihr das? Ihr seid so fucking scheiße! FUCKING scheiße seid ihr! Komm an! Over here! Am Arsch! So wird das gemacht! Nope! Ich sehe nichts! What?! Lederhof 45! Fuck! Okay! Claudi Day! Wozu habe ich das denn jetzt herbekommen? Claudi Day! Lederhof 45! Fuck! Okay! Lederhof 45! Passwort Claudi Day! Claudi Day! Oh yeah! 7273! Thank you! 7273! 8273! Zuerst speichern wir! 8273! Oh Mama! Nein! Oh! 7273! 10273! Ich stelle das Augenblick zu erschießen. Okay. Scheiße, meine Tasse klemmt. Auf. Du willst einen Feigd haben? What? Du bist so hässlich und du stinkst. So fette Scheiße. Wieso ist er immer noch nicht tot? Jetzt bist du tot. Okay. Wie viele Chapter hat das denn? Der Empfiehner. Okay. Das war Jeff the Killer. Das war nicht mal ein bisschen angsteinflößen. Wenn das noch geschrien hätte, dann hätte ich aufgeschrien. Kommt schon, Leute. Die Bilder sind nicht gruselig, wenn kein Schrei kommt. Slenderman! Was zum Teufel macht der Slenderman hier? Wie macht der Slenderman hier? Jason, du geiler Sohn. Jason, ich hab dich so vermisst, ey. Okay. Oh! Oh, mein Bein! Oh, mein Bein! Ja, Senorita. Wow. Oh nein, Facebook. Facebook, was machst du denn hier? Nein, Facebook, böser Facebook. Facebook, sie wollen nicht sterben. Mein Bein. Fuck. Facebook, der heißt doch Facebook. Ey, das ist ja mal geil. Ich wusste gar nicht, dass er Facebook heißt. Guten Tag. It has no doorknob, okay? Oh. Okay. That works. Nein, Slender Men, boah, ei, 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 ah, nach dem Viecher wieder. Nein, 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 nicht vergewaltigen. Boah, es kommt nicht mal ein Penis. Vergewaltigung, Vergewaltigung, Vergewaltigung. Hey, Headshot. Headshot. Oh, leider daneben. Headshot. Headshot. Niemand wehrt ein Headshot ab. Wie viele von euch gibt es? Wie viele von euch gibt es? Willst du gemessert werden? Willst du gemessert werden? Willst du gemessert werden? Hä? Hä? So. Komm raus. Du jämmerlicher Stück Scheißhaufen. Du hast nicht mal einen Penis. Was bist du denn, deine Frau? Ich habe immer noch meine Geheimwaffe. Die Geheimwaffe nehmt sich Spritze. Oh, yeah. Meine Taste klemmt. Okay. Oh, okay. Es ist so warm. Es ist so kuschelig. No, du bist so kuschelig. Oh, ja. Oh, ho, ho, ho. Das war so warm gewesen. What the fuck? What the fuck? Leatherface? Oh, ich bin der Doktor. Okay. Ich bin der Doktor. Wieso bin ich der Doktor? I don't think it's a good idea to follow this person. Aber was machen wir? Wir folgen die... Wir folgen diese Person trotzdem. Aber erst bevor ich das... Revolver-Munition. Alter. Doch. Wir folgen dem. Geht doch. Alter, ich hätte ohne das Teil nicht geschafft. Nein. Böse. Warte noch kurz. Warte noch kurz. Warte noch kurz. Warte noch kurz. Jetzt. Freddy, du geiles... Wo? So. Scheiße. Two hours later. What the fuck? Eine Spitzhacke in Form einer... Okay. That's not creepy. Ich würde mal sagen, speichern wir hier, ne? Oh yeah. Oh nein. Her mit der Shotgun. Wir klettern hoch, wir klettern hoch, wir klettern hoch, wir klettern hoooohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoh Ihr alle sprechen Shotgun-müssen. Ihr alle werden Zorn von Shotgun spüren müssen. Okay. Ich steck fest. Oh mein Gott. Oh, stirb. Oh, stirb. Ich brauche keine Lichtquelle. Was hast du da? Du hast was vor mir versteckt. Das werde ich dir niemals verzeihen. Bist du das, Freddy? Nein, das bist du nicht. Jason! Herr mit der Spitzsacke. Los, 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 los. This door should be the way out of this hellhole. Bestimmt nicht. What the fuck? Bumba? Wetteteufel ist Bumba! Herr Rattelkürbis auf den Kopf, er ist ein Bumba, denn Bumba macht's schöner. Ich hab ne Spitzhacke, Bitch. Fuck yeah. Was willst du jetzt dagegen tun? Like a boss. Das war's! So, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat die Custom-Kampagne gefallen. Wir sehen uns dann zu meiner nächsten Custom-Kampagne wieder. Bis dann! Ich bin mal tätig, ihr könnt. Ich bin mal tätig. Meine Lange, ich bin mal tätig. Ich bin mal tätig. Ich bin mal mit einer richtigen Nachk reproben. Masst das ein stüt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020